Ich darf mit den Elbdeter Outstars spielen, Chris, Laurent, Florian. Wir haben so viel Spaß, wir haben so Songs kombiniert und so, das ist so lustig. Aber das könnt ihr alles verfolgen auf Facebook, Slash Gold, müsst ihr einfach mal checken. Und wenn euch das Spaß macht, ich würde mir wünschen, dass alle, die noch sitzen, jetzt aufstehen. Wenn ihr noch nicht genug getrunken habt, da ist die Beachtung. Hält euch, ich schwör's euch, ich heile euch, dann macht's ja nicht gesund. Aber das jetzt für euch ist so eine Kraft, die will ich jetzt aktivieren. Und ich brauche andere Hilfe dafür. Du bist so eine, so eine Kraft. Du bist so eine, die erscheint. So eine, die ausstehen. Denny das war. Dizelieb'u, dizelieb'u, hättest dich von du sowas. Dizelieb', dizelieb'u, den jennt's am Leiden her. Dizelieb', dizelieb'u, den jennt's am Leiden her. Dizelieb', dizelieb'u, den jennt's am Leiden her. Ich bin ein Lädenmann, ganz gut für mich, um Ich habe alles, ich seh' nur ein anderes Kind Seh' nur mein Licht, so erkenne deine Sinn Weil ich mich immer wieder in dir wiederfinden Weil wir alle einander schließen, weil wir alle einander schließen Allein einander schließen, sei bei mir, weil du bist so So eine, so eine, so eine, du bist so Komm auf, so eine, die alle schließen So eine, so eine, du bist so So eine, die alle schließen Diese Liebe, diese Liebe, ich bin vermüßer, ey Diese Liebe, diese Liebe, die uns zu lieben Diese Liebe, diese Liebe, diese Liebe, ich bin vermüßer, ey Diese Liebe, diese Liebe, die uns zu lieben Musik 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 Applaus Applaus Also ihr seid ja voll geil Ich freu mich am Liga Wir gehen ein Arduino Ich hab so ein paar Leute so angelangt Aber ich will euch hören EOO EOO Guck mal, das geht gar nicht Guck mal, das ist so Stellt euch nochmal vor Ihr werdet auf MTV sucht E.O. 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 Die sind alle viel zu jung, die wissen nicht mehr, was enttäuscht. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Ich hab schon gedacht, ich sag jetzt Facebook, YouTube und so. Aber das wäre dann vielleicht, weißt du, eine Forderung. Aber deswegen ist es halt die wieder... Wir sind hier auf einer Blues-Session, deswegen spielen wir jetzt ein Blues. Aber wir müssen alle gleich mitsingen. Weil das so einfach ist. Und es geht doch um meinen Mann. Ihr wisst Bescheid. Kehrt jede Frau. Jeder Typ. Ihr wisst Bescheid. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Ich stand aus dem Teil. Uuuuh. 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 Musik 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 Ja Das war eine Norde von Deutschland und die Hälfte im Jahr. Florian Lesse Mars. Christoph Rosenbrenner am Schlagzeug. Und das ist Florian Seifern über die Gitarre. Florian! Florian Seifern. Liedergehalt am Gesang. Vielen Dank, jetzt müsst ihr selber rein.